Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Wochenende auf dem Floß, nur saufen, saufen, saufen. Weißt du, ich dachte mir, dass es vielleicht gut ist, wenn ihr euch ein bisschen besser kennenlernt und wenn du auch ein bisschen entspannst. Charlie hat eine Gemüseintoleranz. Das ist Charlie und Charlie und ich, wir kennen das Fazit immer. Das ist Tobi, mein Bruder und das Ken, mein Arbeitskollege. Und jetzt für euch, das ist Momo, unser... Und Momo wird jetzt Vater sozusagen. Momo wird nicht Vater. Hä? Ich spende Samen. Ganz ehrlich, in meinem Kopf, in meinem Kopf, da knallt's. Dass ihr euch mal kennenlernt und dass der werdende Papa vielleicht auch mal hier... Das gibt keinen Papa. Irgendwann hat er gesagt, das gibt keinen Papa. Anne Müller! Anne Müller! Anne Müller! Anne Müller! Anne Müller! Anne Müller! Du musst dir wirklich keine Namen machen. Hörst du? Die Bitch, die Bitch. Okay, ja, die sieht noch wirklich krass gut aus. Ich hab so viel über dich. Ich hab so viel über den Jungen gesehen, dass ich im Leben einmal, zweimal, auch so sehr wie ich. Hey! 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 Ich hab so viel über dich.